Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Das Etwas Andere Varo mit meiner Superstimme mal wieder. Hallo, ich bin der Zilli und mit mir ist mal wieder der Settival. Hallo, aber ich bin halt leider kein Special Guest. Doch, du bist ein ganz spezieller Gast. Wir joinen, würde ich sagen, in 3, 2, 1 und jetzt. Alles klar. Okay, dann guck ich mal, ob die Schweine Männer cool sind. Ja, ihr sind cool mit mir. Seid wieder die besten Freunde. Ja, dann kann doch nicht sein, dass ihr mir das Schwert klaut, also ganz ehrlich. So, warte mal, hier hast du noch die Schärfe. Äh, danke. Bitte, ich guck mal gerade, äh, wie geht das nochmal um? Oh, ich krieg jetzt gerade nur noch Band drauf, scheiße. Ja, Mist. Oh, den muss kurz was anderes verzockern. Mach ich halt hier kurz die Spitzhacke. Schärfe. Bitteschön. Dankeschön. Willst du ihn geworfen? Ah, ihr habt sie da aufgesammelt. Okay. Äh, wie geht das nochmal um einen Bogen zu machen? Äh, warte, äh. Warte, äh. Meine Unfähigkeit stelle ich mal wieder, äh, hier unter Beweis. In der obersten Reihe in der Mitte ein Stick. Okay. In der untersten Reihe in der Mitte ein Stick. Ja. In der mittleren Reihe ganz links ein Stick. Ah, ich hab's, ich hab's. Okay, ich hab's. Ähm. Wir haben schon Goldnack jetzt. Äh, eigentlich könnten wir auch, äh, schöne andere Sachen machen damit. So, der Bogen ist repariert damit. Alles klar, perfekt. Ach, scheiße. Ich hätte vielleicht auch den verzaubern sollen erstmal. Da hätte ich vielleicht schon einen Zweierbogen gehabt. So, Schärfe 1, Schärfe 1, Schärfe 2. So, dann kommt das. Das. Schärfe 2, Schärfe 2 und Schärfe 2, Schärfe 3. Äh. Schärfe 1, Schärfe 1, Schärfe 2. Uh. Das war der Ambus. Warte mal, guck mal hier, da hast ich noch Eisen. Das reicht. Äh. Ich bin so ehrlich. So. Ja. Ich hab nur noch zwölf Level, ne? Hm. Ich hab noch 10. Ich guck mal, ob ich jetzt auch wieder, ähm. Ne. Ich krieg leider immer noch kein Schärfe. Okay. Dann mach du doch hier die Schärfe und ich, ähm, ich bau die ja zusammen, oder? Warte, ich muss Level farmen. Warte, ich hab immer noch ein Schärfe 1 hier. Okay. Hm. Dadurch kann ich gerade noch nichts anfangen. Nicht? Ne. Wichtig noch 1. Ja gut, warte, gib mir kurz ein Schwert. Ich hab noch 4 Level. Warte, ich hab jetzt kurz was anderes verzaubert. So, hier ist nochmal ein Schärfe. Was hast du denn jetzt anderes verzaubert? Ein Goldschwert. Ah, okay. Ja, Schärfe. Danke. Bitte. So, dann Schärfe 1 und Schärfe 1 und Schärfe 2 und Schärfe 3 und Schärfe 3 und Schärfe 3 und Schärfe 4 und 10 Erfahrungspunkte. Das kriegen wir schnell hin. Aber klar. Den ist aber kein Thema. Oh, eigentlich nur noch in Schärfe 3 Schwert. Hm. Eins hab ich hier noch. Oh, hier ist noch was. Bitte langbar. Pass aber auf dich auch. Ja, ich auch. Alles cool. Wie lange hier kein Gas um die Ecke kommt. Level 5. Level 6. Sieben. Ich jetzt auch. Ich brauch wahrscheinlich schon mehr als jetzt noch, um bis Level 5 zu machen. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Zacken. So. Also Reisen übrig hier, oder? Ja. Alles klar. Und Lava. Ich fließe hier halt deutlich schneller, aber das ist krass. Oh ja. Okay. Warum liegen die Items, wenn gelöscht? Also vielleicht nicht einfach irgendwie ein Schwert auf den Boden schmeißen. Ne, ich pass auf. So ein Scharfe 4 Schwert auf den Boden geschmissen. Das wär Böse. Oh ja. Wo bist du denn? Ah, ich seh dich. Bin gleich da. Ich bin ein bisschen nach links gelaufen. Okay. Ich bin jetzt hier unten in diese Höhe gelaufen. Okay. Wie viel Level hast du jetzt eigentlich noch? 11. 11, okay. Oh. 115 Items gelöscht. Okay. Hier liegt überall das Quarz von. Ja, das ist schon einiges. So, ich komm wieder zurück. Wie viel Schärfe 3 Schwerte hast du? Ich glaube gar keins mehr, oder? Doch, 2. 2 hast du? Okay, dann muss ich noch schnell eins machen. Ich hab nämlich auch noch 1 Schärfe 3. Ach, da bist du. So, dann kann ich ja hier draußen Schärfe 4 machen. So. Und dann Schärfe 4 und Schärfe 4. 29 Level. Ach, krass. Okay. Jetzt setzt's. Wenn ich das habe, das Schärfe 5, dann bin ich unbesiegbar. Ja, das ist schon geil. Das ist auf jeden Fall. Und wenn wir immer noch keine Leute rumlaufen, dann fahren wir weiter und dann machen wir uns auf Bögen. Ja. Bin ich einverstanden. Oder versuche vielleicht Verbrennung noch drauf zu kriegen auf das 5er. Das wäre natürlich krass. Das wäre so heftig. Ja, aber was sollen wir machen? Wir laufen hier rum. Keiner ist da. Und ich höre mich so scheiße an mit dieser Stimme. Ich bin in der Pubertät. Ich bin 14. Herzlich willkommen bei meinem Minecraft Let's Play. Ich bin der Meini LP. So, ich brauche jetzt nochmal Erfahrungslevel für Schärfe 4. Wo bist du? Ich bin auf die andere Seite gelaufen. Okay. Ich freue mich noch aus. Aber die Schweinebärmänner, die geben auch viel Epo. Ja. Aber ach, da sehe ich dich. Wenn du das bist. Ich bin es, ja. Schon mal vorhin, man würde das einfach nicht merken und läuft dann so einem anderen entgegen. Das ist ja lustig. Das ist wirklich betrieben, lustig. Sind die anderen noch da? Ja. Jetzt gehen und suchen, weil die eben geschrieben haben, wo ist dein Teammate? Ah, sonst hätten sie ja schon gefragt, wo wir sind. Wahrscheinlich schon. Also, wir beobachten uns gerade. Wir sind jetzt lang vor oben und beobachten uns. Ich glaube jetzt nicht, wir sind so tief im Meter drin. Ich glaube nicht, dass du uns finden. Ich glaube, wir sind halt Vögel schweig gerammt. Oh ja. Ich weiß nicht, sollen wir uns noch so eine kleine Armee machen? Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Können wir auch gerne noch machen. Ich meine, wir haben ja im Moment alle Zeit der Welt. Das haben wir auf jeden Fall. Wir gucken, dass wir noch gute Bögen hinkriegen. Hm. Kann natürlich sein, dass morgen auf einmal dann jemand vor uns steht und dann machst das. Nein. Das kann natürlich sein. Oder wir haben danach noch besseres Equipment. Weil wir die eben auch nicht. Hm. Aber ich glaube, es sind auch einige dabei, die echt groß sind im PvP. Okay. Und das bin ich definitiv nicht. Nicht nur du. Wir haben ja beste Chancen bei einem PvP-Projekt. Oh scheiße. Wir dürfen nicht verbrauchen, wo wir uns standen, ja. Ja, ich glaube, ich weiß meinen Weg noch. Ja. Das ist aber jetzt krass. Ja. Ich weiß nicht, was ist da oben. Ja. Geht es mal kurz. Ja. Ja. Irgendwie ein bisschen zu. Boah. Kein. Bin ich in ein Loch gefallen. Aber keine Lama zu. Pass auf. Ich will das Zeug mut, ja. Alles klar. Ich will das hier nicht so stehen lassen. Wir haben jetzt wieder 10 Level. Jetzt kann ich mit meinen Schärfer 4 schmerzen. Ich hoffe, ich finde jetzt den Weg wieder zurück. Aber siehst du mich nicht? Nein. Aber ich habe den Weg wieder. Alles in sie. Okay. Jetzt habe ich 2 Schärfe 4 Schmerzen. Ja, da bist du. Sichtweite ist irgendwie voll niedrig. Das müssen wir mal einstellen. Ja, bei mir ebenfalls. Kann ich gerade mal machen. Zoom. Oh, Grafikeinstellung. Hä, war hier nicht unser Zeug? Sichtweite extrem. Ja, ich habe es da abgebaut. Achso, okay. Dann habe ich nicht aufgepasst, sorry. Ja. Brauchst du es jetzt? Äh, vielleicht einen Amboss-Kuss. An einer Minute oder mehr gekickt. Ich gebe dir den am besten danach. Nach dem Kicksteig von dir, ja. Alles klar. Röler. Ja, Level 5c. Nc. Mein Schärfe 4 Schwert. Also, das habe ich gesagt. 29 brauche ich, gell? Ja. Also, mein Schärfe 4 Schwert kostet 10. aber dann wird es heftig das stimmt ich habe auch haltbarkeit noch drauf vielleicht ich habe auf einem schärfe 4 schwert haltbarkeit 1 schärfe also schärfe 4 und rückstoß 1 50 sekunden okay alles klar ja da würde ich sagen vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal